ja moin moin ihr lieben hier ist Matsuake von Faro Gaming ich wollte heute mal mit ruhig ein bisschen echo spielen wir besitzen einen eigenen server da wollten wir jetzt mal drauf join er ist noch ganz am anfang und ich hoffe dass wir den noch ein bisschen entwickeln können und auch dürfen oder nicht ein bisschen dunklere haare hier so was ist denn das jetzt hier das ist jetzt wir sind also es ist schon mal ein bisschen tricky hier habe es noch nicht gespielt ich habe bloß irgendwie am tutorial open the map weltebene grundstücke anzeigen wegpunkte setzen hier haben wir ja ne wegpunkte wegpunkt platzieren also das ist ja mal und das ist ja mal wirklich eine riesen map hier also wir sind da auf jeden fall wir könnten ich würde sagen wir bleiben fast hier aber wir würden also ich würde dahin gehen irgendwo in diese richtung du kannst den wegpunkt in der welt sehen dann klicke auf den pfeilen wegpunkt ok 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 weg damit gut ok in welche richtung wollten wir denn jetzt gehen wo stehen wir überhaupt wo ist unser punkt hallo wo ist denn ich glaube wir sitzen hier oben irgendwo müssen wir sitzen auch die gut wir sollen denn also erst mal ein starter kämmer hier hätten wir hier könnten wir doch aber hier haben wir kein hier haben wir kein wasser in der nähe finde ich oder also wasser muss auf jeden fall glaube ich sein jetzt mit kleinen see werden die richtung laufen wir hätten noch da noch da ja gut drehen wir uns einmal um dann laufen wir in die andere richtung in die richtung genau ich weiß aber nicht warum da unten so ein rotes icon ist auf dieser welterde ich glaube die server konfig ist noch nicht ganz so super jetzt müssen wir mal gucken da ist marmor oder sowas hier hätten wir auch marmor und stein ich würde sagen ich würde sagen ein bisschen viel erde ich würde mich also wenn also hoch wollte ich eigentlich gar nicht mehr aber hier könnten wir unser zelt hinstellen hier können wir unser zelt hinschmeißen auch alle entschuldigen sie bitte dann drehen wir noch einmal guti damit haben wir das dann so jetzt holen wir was sollen wir da jetzt machen wir jetzt holen wir oben mit trend also oben hier das ding hier so und dann hätten wir hier grundstückskarten kann man eigentlich gleich alles ausnehmen haben wir ne axt so dann sollen wir target the ground and hold the left machen and block schlage gegen einen baum bis er umfällt schlage gegen einen baum mhm nehmen wir mal gleich hier nein würde ich sagen ne oder den hier den hier auch gleich hier so großen fällen ach wir nehmen den also die hacke ist relativ gut für die finde ich gut eieiei mein schatz sind aber dicke bäume hier ok das sind da ok ok da kriegen wir auch raus aus dem aus dem unterholz kriegen wir aber da brauchen wir doch viel größer oder also das ist meist ok ja cool gleich mal hier ein bisschen zu brennholz verarbeiten das ding denn ok hauen wir uns erstmal eine tomate rein die werden wir erstmal reinpfeifen mal eine sollte reichen finde ich noch zu groß oder was was denn los hier ich habe gedacht wir sind der hulk und da haben wir das zelt aber ein bisschen weiter weg baut ja mal gucken könnten wir eigentlich da rein schieben so dann müssen wir uns jetzt noch also dann sollen wir noch einmal schaufeln schon wieder zu hungrig ich habe doch erst mal hier zwölf gegessen ja und da sieht gut aus aber wir gehen uns noch mal mit holz holen hier hinten so ein bisschen mais pflücken eigentlich können wir gleich noch ein bisschen tomate snacken tomate rote peter kommt noch ein bisschen mais dann nehmen wir das mal mit hier wo das sagt bohnen sind immer gut bohnen sind immer gut also bohnen sind immer gut bohnen können wir immer mitnehmen jedes bündchen dann gibt ein tündchen würde ich sagen ähm so und so so was sollen wir denn jetzt herstellung wird durch ein neues system namens auftraggebung gegeben okay 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 das können wir auf jeden fall machen wenn wir uns erst mal ein bisschen was zusammenbauen hier ein bisschen was zusammen knistern könnten wir eigentlich immer gucken was das hier ist warum da so ein zeichen zu sehen das ach so das kann man gar nicht so dann werden wir wo stellen wir jetzt die werkbank hin wo wir hier wo wir so super gebaut hier haben so ein abhang hier hätte ich jetzt fast gesagt so jaja fahre mit der maus über den ersten ist kohlenhydratige haltung ist protein halt weggepackt also das und das ist ja jetzt anders oder wie oder nehmen wir noch das und wir nehmen noch das ich würde sogar noch ich würde ja gerne noch also dass man das landen eine eine haben wir noch eine oder so und so dass man uns das so nicht mopsen kann das geht eigentlich finde ich jetzt auch ein ordentliches stück ländchen was wir da besitzen erst mal so dann du kannst festlegen wer für deine eigentum freigegeben ist das gibt sowohl die besitz urkunde als auch die gegenstände herr okay also besitz urkunde und gegenstände aber hier berechtigung okay dann kann man das hier nämlich ja okay das ist cool das ist wirklich cool ob man workbench und massiv voll zu mir herstellen wir könnten ja hier vielleicht noch einmal erst mal stein abknopfen würde ich sagen wo wir erst mal unser lager so massiv holz sollten wir hier haben kann ich aber keine machen wieso weshalb kann ich hier also mit dem hammer kriegt man ihn wieder weg da habe ich schon rausgefunden entschuldigung mal gucken ob wir ja da kommen wir ran massiv holz stellen wir erst mal fünf denke ich mal her würde ich sagen so dann haben wir ja hier noch tomaten ein bisschen meister füllen ein paar rote wilde bären hier ist ja hier rote beton hier ein bisschen das noch ein ein bisschen mais der meistens noch nicht reif genug das gibt auch noch aufpassen ihre kinder schlechte maiskörner esse weil die noch nicht reif war noch ein bisschen rote bäder was ist das ach so das waren tomaten okay dann müssen wir also das ist ein werkzeugtisch brauchen wir den oder brauchen wir den nicht aber nagerfeuer bräuchten wir das heißt wir müssten okay das geht schnell so dann sollen wir ein steinhammer herstellen oder was hol dir die steinhammer aus seinem zelt und wähle sie auf habe ich ok 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 dann können wir jetzt ein häuschen bauen oder wie das ist cool ein haus am strand du bist so hungrig also irgendwie hat der der knill hier ganz schön kohldamm muss man jetzt recht mal sagen also der der futtert ja an einer tour der futtert ja an einer tour und dann sieht gut aus oben drücke ach so ok ja gut hätten wir denn damit durch könnten wir denn also ich muss ein lagerfeuer herstellen steinchen haben wir denn vier ob dazu reicht die vier eigentlich funktioniert so ok wir brauchen auf jeden fall noch mehr steine für lagerfeuer also steine stein hier oder wie so denn wir auftragen wir ok also rohen rohen fisch würde ich jetzt nicht essen wollen habe ich mir so gedacht so und für schwirr jetzt nicht gerne mümeln gut dann kannst du das fertig bauen so und dann wollen wir also wir sollen ja complete your shelter to beginne also wir sollen auf jeden fall so ein haus bauen also ja sowas in der art für dich für dich jetzt fast behaupten ok haben wir das erstmal denn könnten wir ja 16 mal massiv holz beauftragen so aber leider sind wir schon wieder zu rum recht ne 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 nicht hinlegen so ja dann würde ich sagen bauen wir unser ich würde sie fast da hinlegen so und dann können wir die dinger nehmen dann könnten wir gucken was können wir denn jetzt hier so brutzeln was verschmorte rote beete 13 stück okay tomaten verschmorte oder wir nehmen verschmorter fisch na dann können wir denn schon mal brutzeln ach so was können wir denn kann man hier auch eine eine da kann man aber dafür bräuchten wir schon wieder ach das ist doch schon wieder zum mäuse melken hier ach dann wollen wir wieder bäh jetzt sagt er zu einer tomate bäh vorhin hat er aufgesen jetzt sagt er zu jetzt sagt er zu einer tomate bäh was ist denn los mit ihm hat er heute lange weile oder warte der stamm ist so da muss ich wirklich sagen so futters da hat er doch schon wieder hunger da hat er doch schon wieder hunger der hat er schon wieder runter schneller als ich gucken kann und dann muss ich sagen so futters klickte bei dass ein duffel ein duffel ist hat wenn ich steigen können wir noch in die haus nehmen könnten wir doch nachdem wir das hier hat er unsere unkraut ist mal weg gemittelt haben ich bin ich bin zu hungrig um was zu tun schon wieder mal ein bisschen das ist nicht verstehe ich schon wieder mal ein bisschen holz gehackt und schon geht das nicht mehr durch mann 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 macht das mal fertig bitte also was wir brauchen auf jeden fall noch mal holz müssen wir unser haus bauen naja schilder jetzt machen wir so fünf mal fünf oder was wir sagen was ich jetzt und gleich kommen wieder du bist so hungrig um was zu tun da noch zwei ran können wir noch ein zweiter so du bist schon wieder zu hauen uns mal noch eine tomate drin und dann funktioniert auch irgendwie würde ich sagen wenigstens ein bisschen näher wird mich was da unten immer finde nixer strom ich habe noch kein strom so dann bauen wir hier noch eine türe dann könnten wir hier theoretisch und eine truhe und wieder massiv holz den könnten wir glaube ich noch einpacken den könnten wir das nämlich auch immer okay ich würde auch mal drauf ok tomaten essen nur reich würde ich auch nicht war gut dann gab es heute mal sushi haben wir mal eine runde sushi gemümmelt aber wir haben noch versprochen ich weiß gar nicht woher sich das so festsetzt der hunger und ich habe das halt noch nicht gefunden so richtig in der konfig wo man das auch denn einstellen könnte was vielleicht ok also theoretisch und praktisch können wir jetzt im bauch von hauen über die leiste größe habe ich gerade so gesehen super ich habe wenigstens gedacht okay ein bisschen was kriegen und jetzt wird gleich gebrüllt baum fällt wenn das hier so geht auch nicht vorher noch mal hunger der homo sommer die tomate rennen wir können auch eine rote pete blatt noch essen ja nur richtig auf hauen über die moment zu essen menschen kinder du also wieder eine nulle das ist halt echt so das komische also der hunger geht relativ zügig weg finde ich muss ich wirklich sagen dass der hunger relativ groß wird also relativ schnell sagen wir mal so ich möchte bloß mein haus fertig stellen die vier wände und ein dach aufbauen dann sollte das ja schon fertig sein denn sollte das ja schon fertig sein das häusle so dann können wir das da reinschieben das da reinschieben die nehmen wir mal raus und packen wir das mal da rein so dafür das fleisch also da wollte ich ja die ich hätte ja gerne dann die truhe hingestellt denn könnte ich vielleicht vielleicht tomaten mais rote beete und dinge durch ins rein packen und wir könnten ja hier gleich wieder feuerholz zu packen so wird denn überhaupt noch auf meinem grundstück ja meine gut okay mein haus steht denn nicht mehr auf meinem grundsteck das ist schlecht okay dann sollte ich achso ich okay also ja schon wieder mal ein bisschen sehr hungrig er möchte denn heute nicht mehr dann werden wir ihm oh das sieht ja lecker aus sondern wenn wir das land wieder freigeben wir müssen ja unser haus ein bisschen safen wenn wir das land beanspruchen und da das freigeben das paar anspruchen und das wollen wir das also das möchte ich gerne das würde ich gerne behalten wird welche zwei geteilt naja stimmt da kann man nämlich das weg packen und könnten wir doch schaffen unser haus zu safen genau dann hätten wir nämlich unser haus hier erstmal gesafe wird so dann werden wir noch da liegen schon mal drei stücke vielleicht drin aber schon mal gut gebrutzelt so 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 da möchte ich aber gerne fenster haben ja also zwei fenster müssen ja minimum drin sein finde ich so ja ich frage mich was das wurde zeichnen unten zu bedeuten das habe ich keine ahnung das hier unten das da da muss ich mal her mal gucken achso ähm also ich glaube ich hätte das haus doch nicht so groß bauen sollen aber wir machen da und da müssen wir da machen dann machen wir hier tja und dann bauen wir wieder baum aber wir bräuchten ja dann wieder eichenbaum glaube ich ja dann holen wir halt wir sollten nicht loslaufen haben wir ja doch wir haben was zu essen da könnten wir uns ja überlegen aber wir haben ja hier noch ein bisschen was wir vorhin schon gehackt haben dann schwer verschwunden fisch essen so dann könnten wir hier also den 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 hacken wir noch durch dann hacken wir das auch durch gleich schön passig zum ähm verbrennen gemacht bloß immer dieses weite gelaufen ist nicht schlimm ist nicht schlimm ähm wir haben ja unser häusle nun geclaimt denn fast hat ja soweit also das kann uns jetzt hoffe ich zumindest dass keiner wegnehmen falls mal einer joinen sollte ähm wär ja dann blöd wenn ich denn alles los bin doch menno so jetzt müssen wir kurz was gucken wir möchten ja gerne ja okay dann können wir mal wieder was futtern hier wie bei muttern denn wir futtern wie bei muttern ähm das schmeckt so lecker obwohl er für ein bisschen verschmort war aber ist erstmal ist erstmal egal so dann hätten wir das erstmal durch und dann könnten wir uns die ersten sechs wieder nehmen könnten denn hier unser häuschen wieder bauen so dann machen wir da ein fenster rein so da ein fenster und da ein fenster und ja ist ein äh ich würde sagen einzelne appartement würde ich jetzt sagen so und dann müssen wir vielleicht mal gucken also wir laufen hier mal dahin zum holz hacken da gibt es noch holz da war der punkt doch nicht so gut gewählt ach doch 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 der war schon gut gewählt ich sage mal jeder gang macht schlank das wird schon würde ich jetzt sagen so also da bin ich aber jetzt ein bisschen was so liegt bin ich doch gar nicht hier wobei ja da liegt schon der doppeltürbrauch hier aber klasse nicht nicht hier sehen so dann werden wir noch den rest vom baum holen den wir ja noch zerkleinert haben hier da wollte er eben nicht schon wieder voll ja und nehmen an warum wir denn sagen denn in der nächsten season würde ich dann sagen am nächsten tag also am nächsten tag ja würde ich dann denke ich mal hier irgendwo denke ich mal das lager so anfangen das haus muss ja irgendwie fertig werden sollen naja was braucht man hier oh gott oh gott oh gott ja da wird ja mal lustig so jetzt habe ich ja alles ich glaube eigentlich einen baumstang habe ich noch so dann müssen wir gucken also wenn wir einen baum fällen müssen wir auch zwei neue pflanzen dann ist ja mal da dürfen wir schon wieder hungrig gott wir pfeifen uns schnell ein für schmortes steak rin so genau hat ihm aber gemundet sagt er ja hat ihm gemundet na ich habe weh beim kochen lalala 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 also nehme ich ja eine scheibe denn das ist eine paar das sind ja mal ein paar stämme hier hei 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 ist ja schlimm in den Dingern können wir müssen wir das doch schon einlagern und dann könnten wir uns wieder ein paar massive brädchen machen mal ist ja so schnell mal ist ja so langsam steine haben wir da holz haben wir da und wir haben holz gefällt genau dann haben wir das haus denn her bei der bau denn so durch und dann müssen wir noch die welt erkunden also meteoriten sind aus wollte ich heute nicht deswegen haben wir mal die meteoriten erstmal ausgeschaltet oder riesen schmellerling aber wir müssten irgendwie noch ich denke mal fisch fangen fisch fangen wir noch sehr interessant dafür können sie nicht nur hier von verschmorten bohnen kaktus kann man auch 16 einmal record und strenger so dann kann das nämlich auch fertig das braucht noch ein bisschen aber der rufen ist schon ganz schön groß geworden ach so ja den hammerwürmer welcher kann ich mehr noch voran bauen und so so wie war das ach so f ach so ein dach sollen wir auch noch ausbauen oh gott so hat ein dach hat zwar keine türen aber hat ein dach so sieht doch schon mal ganz gut aus mit dem dach wo haben wir den boom gefällt da war und hier wird ein hammer arbeiten auf dem baum hauen wird hat wohl nix heute gibt es mal bauen mal sehen wir da dazu sagt doch nicht cool also hier muss ja hier braucht ja bald ein sägewerk für junge 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 jungen das sägewerk bei dem patzen hier jemand hier trägt so denn damit rein dann machen wir wie der massive holzbalken also du musst also so wie ich das so wie ich bin wenn ich das jetzt so richtig sehe musst du halt essen aufgeben damit du ok ok damit hier gearbeitet wird so ich hoffe das funktioniert auch hier oben sind da noch zwei hocher die hängen einfach mal sonderluft sondern wir also das könnte ich eigentlich theoretisch in die ganz ruhig ganz ruhig brauner wirklich ach so ding jungen mal gucken da noch da noch wenigstens heute hier noch das dach fertig kriegen bei dem so ist das ja das dach noch eingestellt also das 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 ist das das und die die Ich habe ja keine Tür und kein Fenster drin. Das ist ja noch nicht so schlimm. Das ist auch lustig, ich hoffe mehr, 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 mehr Hievenglobs in the Ceiling mit einer Decke in Windows, also Fenster. Es ist dunkel draußen, man könnte sich auch noch hindenken und mal eine Runde schlafen. Jetzt weiß man halt nicht, ob es Tag oder Nacht wird oder ob es schon Tag ist. Okay, also es läuft realtime. Also das müssen wir noch ändern, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was ändern. Mit dem Server sind wir noch nicht ganz so fertig, also da fehlen noch ein bisschen Konfigurationstechniken und vielleicht auch noch ein paar Mods, die man ja noch mit einbinden kann. Und dann werden wir die Welt noch ein bisschen hier erkunden. Und dann werden wir mal gucken. Und dann werden wir das schon schaffen, denke ich mal. Das ist für die Welt der Kunden. Und dann werden wir mal gucken. Und dann werden wir mal gucken. Oh, meine Holzplanks sind fertig. Die können wir nehmen. Können wir das Dach vielleicht fertig bauen. Vielleicht kommen wir jetzt endlich. So. Und so. Hm. Ja. Bilderhaus, würde ich sagen. Ah, jetzt habe ich auch nichts zu essen mehr im Bauch. Also mal schnell hier eine verrottete rote Biete schnell mümeln. Wow. Wow. Die hat ja, äh. Ja. Die hat ja gar keinen Nährwert mehr. Die hat ja gar nicht nur. Ja. 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 raum für dich sehen sie sich sehe hier in ein haus und die qualität deiner möbel ein okay also haus möbel erfahrungsmultiplikate also füge möbel in die räume hinzu und zusätzliche erfahrung zu erhalten okay das ist das schlafzimmer die küche und das badezimmer okay ok 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 also das heißt da brauchen wir noch fließen oder was soll das sein hier aber bestimmt das sind bestimmt fließen und heißt also wir kriegen jetzt hier unten jetzt ist das hier erfahrung oder wie was soll das sein charakter exp2 tipps du erhält fortlaufend spieler erfahrung mit einer rate von 1 pro 24 stunden multipliziert mit dem erfahrungsmultiplikate okay und das ist also das ist hier bergschipper ja ja nicht eigentlich theoretisch das ist der steinhacker ja wir nehmen den 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 holzhacker so erwähne deinen hier einen professionellen beruf aus das habe ich ja nur schon gemacht aber hier können wir ja keinen mehr lernen hier brauchen wir erst wieder mal punkte weil da war der renny wieder mal ein bisschen zu über ein frisch ach so ich sollte okay also schau dir die berufe an indem du mit der maus drüber fährst oder was öffne das spezialisierungsmenü ist wo hier würde ich sagen und das ist woanders was ist das regierung diagramme technologie baum wird an sich ziele doch wir haben ein ziel unendlich dann können wir auch in der riechse von kreis fallen hier kann man sich da nicht beantragen ja gut hätten wir das haus doch noch fertig geschafft das ist schon mal gut so weit dass wir jetzt wenigstens das haus schon fertig haben so außer türen fenster erst da regnet doch ein bisschen rein wenn es regnet aber ich habe eine trockene ecke da kann ich mich schon hinstellen da geht das denn schon mal ich danke euch fürs zuschauen erst mal wenn es euch gefallen hat lasst bitte ein like da und vielleicht auch ein follow und wenn ihr mehr von dem echo server sehen möchte dann schreibt es mir unten in die kommentare bitte ich bedanke mich wiedersehen